Ich bin live. Es ist immer noch Mittwoch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ein bisschen weiterlesen tut mir gut. Interessante Zeiten. Ich lese aus Lydia. Das ist eine Geschichte, das ist die Fortführung von Bliss Afterlife. Wer es glaubt, wird selig. Das schrieb ich zwischen 2006 und 2010. Und dann war ich fertig damit und dann hatte ich Lust weiterzuschreiben und habe ein zweites Buch angefangen. Wir sind jetzt bei Kapitel 33. Der Titel ist Lydia in Deutsch und in Englisch und es geht um eine Reinkarnation. Die erste Reinkarnation war Lydia. Die ist jetzt schon geboren, ist die Tochter von Faye und Ben. Und jetzt hat Polly erfahren, dass sie Großmutter wird. Ihr Sohn Tony und seine Freundin Melanie erwarten ein Baby. Kapitel 23. Faye und ihre Familie. Chris hatte sie abgesetzt bei Bliss House und sie waren alle müde und versammelten sich im Wohnzimmer. Sie hatten Frühstück außerhalb gehabt. Konfizius mochte gerne typisches englisches Frühstück und Don Ying liebte Rührei auf Toast. Sie hatten einen richtig schönen Tag gehabt, die Stadt zu entdecken und gingen den Strand entlang und Konfizius dachte, dass die englische Seaside einfach quaint war. Sie hatten sich oft wiederholen müssen und haben viel gelacht, weil es war wirklich quaint, was er sagte und keiner wusste, was er meinte. Er sagte ihnen verschiedene Dinge in Chinesisch und sie mussten das wiederholen. Und dann war es sein Turn zu lachen. Lydia war endlich mal eingeschlafen in ihrer Wiege und alle hatten sich hingesetzt zum Essen, als das Telefon von Ben klingelte. Er sah, dass es Tony war und antwortete. Alle fielen ins Schweigen. Was ist los? Er hörte zu und dann sahen sie, wie seine Augen immer größer wurden. Sag das nochmal, Tony. Ich will das gerne auf den Lautsprecher machen. Melanie ist schwanger. Wir werden einen kleinen Milton haben. Vor Dezember, glaube ich. Fee sprang auf und lachte. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Oh, I love it, I love it, I love it. Sie sprach sehr schnell in Chinesisch zu ihren Eltern. Don Yin klatschte ihre Hände und lachte. Das ist very good news. Konfuzius lächelte auch. Er sah immer so weise aus. Es war egal, was er sagte. Er hatte ein kicherndes Lachen und alle fanden, sie mussten lachen, wenn er lachte. Lydia wird einen ganz engen Freund haben. Ich freue mich so für euch. Wir fahren morgen zurück zur Herberge. Wie lange bleibt ihr dort in der Herberge? Fee konnte gar nicht abwarten, sie alle zu sehen. Wir haben Peter hier und Melanie kam zur Herberge, als sie gehört hatte, nachdem sie ihre Neuigkeiten hatte. Wir bleiben hier in der Herberge bis Montag. Und ich hoffe, dass wir euch morgen sehen. Ich bin so happy. Oh, ich kenne das Gefühl. Okay, wir sehen euch dann morgen. Wir fahren hier los nach dem Frühstück. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Ben legte das Telefon auf und nahm Fee in seine Arme. Ist das nicht das Beste, was ich verlangen gehört habe? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Toni und ich beide kleine Kinder haben, die zusammenspielen könnten. Er hörte, dass Lydia angefangen hatte zu weinen. Lass mich nach oben gehen. Ich werde ihr die Neuigkeiten erzählen von ihrem neuen Freund, Milton, der auf dem Weg ist. Es ist typisch für Melanie zu wissen, was es ist und den Namen, bevor sie einen runden Bauch hat. Das Treffen at Davids neuem Haus. Susan und David hatten aufgeräumt und das Dinner war im Ofen, als Holly und Toni ankamen. Oh mein Gott, ist es nicht aufregend? Susan hatte Holly in das Conservatory gezogen, sobald sie angekommen waren und ihre Hallos gesagt haben. Chris war froh, dass er David in die Küche folgen konnte. Es war alles ein bisschen viel für ihn. Er hoffte, dass David ihm ein Bier anbietet, bevor irgendetwas anderes. Die Fahrt hierher war voller Spekulationen gewesen. Holly redete und redete. Sie hatte ihre Gedanken voll auf Großmutter-Themen. Und es war probably am Anfang der Liste von Aufregung für Holly. Er hat versucht, seine Ohren zu schließen nach einer Weile. Sie hatte andauernd gesprochen über die Dinge, die sie machen wird und Ideen und Vergangenheitserinnerungen. Und er hatte keine Lust mehr, das zuzuhören. Jedenfalls war es für ihn alles viel zu spekulativ. Er war froh, David war hier, mit dem er sich unterhalten konnte. David sah ihn an. Ich nehme an, du kannst ein Bierchen gebrauchen? Er hatte es ihm schon eingegossen und gab ihm das Pint-Glas. Das kannst du laut sagen. Chris wischte sich den Mund, nachdem er ganz schnell fast das ganze Glas ausgetrunken hatte. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin für Toni und Melanie, aber um ehrlich zu sein, Toni, äh, um ehrlich zu sein, Holly, geht mir auch die Nerven im Moment. Chris konnte kaum einen Rülpsen unterdrücken und beide fingen an zu lachen. Ich weiß, ich weiß, was du meinst, David lachte immer noch. Nachdem er gerade Susan erst wieder getroffen hatte, waren die letzten sechs Monate recht aufregend gewesen. Er war genauso schlimm wie Susan. Eine Geschichte zu erzählen, für die neuen Ankünfte in der Familie. Er konnte sich erinnern, als Margaret schwanger war. Und ihre Mutter war ein ewiger Besucher. Das hat ihn fast die Nerven gekostet. Aber, come on, wir müssen uns an die Gedanken gewöhnen. Und es ist doch schön, wenn wir zusammen großfütter sind, oder nicht? David nudged him. Eigentlich hast du recht, weil es ist mir gerade eingefallen, dass wir auch, Großvater, Dinge zusammen machen können. Er lächelte und David nickte. Sie stießen ihre Gläser an und beide tranken. Ich bin so happy für dich, Holly. Susan hatte Holly in den Arm genommen. Sie fühlte sich damals fast schuldig in ihrer Freude über die kleine Lydia. Und dass sie das Glück hatte, dass sie in ihrem Hause aufwachsen, in der Herberge. Und in den letzten zwei Monaten hat sie oft gedacht, wie glücklich sie gewesen ist. Oft vergaß sie, Holly zurückzurufen und ihre letzten Unterhaltungen am Telefon waren meistens über Lydia oder David gewesen. Oh, ich freue mich so, Sue. Mach dir keine Sorgen. Ich kann mir gut vorstellen, wie es ist. Jetzt besser als je zuvor. Über die Jahre hatten wir endlose Unterhaltungen in deiner Herberge und die verschiedenen Probleme, die du hier die ganze Zeit siehst. Ich bin nicht so froh für dich. Und diese Neuigkeiten für mich ist die Kirsche auf dem Kuchen. Ich bin ziemlich involviert in meinem Schreiben wieder in der letzten Zeit. Es war total eingetrocknet gewesen, aber in der letzten Zeit bin ich wieder inspiriert gewesen. Und jetzt ist Melanie schwanger. Ich fühle, das ist ein ganz neues Chapter in der Familie, im Leben. Und es kommt mir vor, als wenn meine Geschichte, die ich schreibe, auch ein neues Chapter gebrauchen könnte. Eine Novel? Susan setzte sich hin und Holly auch. Gib mir erstmal einen Drink, Sue. Ich muss mir erstmal meinen Atem wiederholen. Mein Kopf dreht sich und ich brauche etwas Zeit, mich zu beruhigen. Holly lehnte sich zurück und Susan stand auf, um in die Küche zu gehen, wo sie die Männer reden hörten über dasselbe Thema. Ich bleibe nicht. Ich will nur zwei Gläser nehmen. Und sie nahmen zwei Gläser und eine Flasche Sparkly Wine Prosecco mit ins Conservatory. Mach doch bitte mal etwas Musik an, Darling. Und dann war sie schon aus der Küche heraus wieder. Lass mich das erstmal aufmachen hier. David, mach mal Musik an und lass mich mal das Licht hier ein bisschen ändern. Wir brauchen ein bisschen Frieden hier und ein Glas Bubbly, um zu feiern. Susan machte die Lichter etwas dunkler und Holly lehnte sich zurück. Plötzlich hörten sie leisen Jazz spielen und sie ließ einen langen Atem aus. Susan gab sie ein Glas ein und setzte sich zurück. Sie wollte hören, was los ist. Sie nahm Hollys Hand und fühlte, wie ihre eigenen Tränen kamen. Als sie den Kopf zu Holly drehte, konnte sie sehen, dass Holly weinte. Und als sie Susan ansah, fing sie beide an zu lachen. Sie weinten und lachten zur gleichen Zeit. Holly konnte sich nur an sehr wenige Erlebnisse erinnern in ihrem Leben, die sich wie jetzt anfühlten. Warum lachst du, Susan? Susan konnte kaum die Worte herausbringen. Du hast keine Ahnung. Ja, meine Geschichte. Ich wollte darüber schon mit dir reden. Aber dann wolltest du über deine Mutter doch Bescheid wissen. Deine Geburtsmutter. Ich habe so viel geschrieben in der letzten Zeit und ohne jetzt in große Details zu gehen. Melanies Abilities oder Fähigkeiten sind so verdammt ähnlich repräsentiert in dem, was ich für Jahre geschrieben habe. Und jetzt ist sie schwanger. Es ist fast zu viel, darüber nachzudenken. Und unsere zwei Großkinder werden so special sein. Oh, ich weiß ganz genau, was du meinst. Faye hat so viel Einsicht mit ihren Träumen und so weiter. Sie hat geträumt und hat eine Vision von dem, was sie bekommen hat. Und die ganze Beziehung mit ihr und Melanie. Das ist ein neuer Ankünftling in unserer Familie. Was für ein Unterschied. Wir haben in den letzten Monaten, auch ohne David, als wenn das nicht das größte Erlebnis ist für dich, Susan. Come on. Ja, das stimmt. Es ist der größte, das größte für mich. Und Lydia. Hey, das ist doch kein Wettbewerb hier. Sie lächelten sich an. Ihre Gläser waren fast ausgetrunken, als David und Chris kamen, um sich zu ihnen zu setzen. Komm her, das ist nett, euch zu sehen. Komm, lass uns mal alle darüber sprechen, was hier passiert ist. Holly klopfte den Sitz neben sich und David ging, um seine Gitarre zu holen. Oh, das ist echt eine gute Idee, David. Holly konnte niemals genug bekommen, von Zuhörern der Gitarre zuzuhören. Sie machte die Musik im Hintergrund aus. David setzte sich neben Susan und fing an zu spielen. Isn't she lovely? Und sie fingen alle an, mit ihm zu singen. Und der Abend hat begonnen. So, das war das Kapitel 34 und das nächste ist das Kapitel 35. Bye!